Guckt rohla nach oben und hallihalleschön meine lieben Freunde zu einer kleinen Runde Rocket League und zwar dachte ich mir gut wie kündigst du jetzt eigentlich das an was dir mal auf gut und Laune eingefallen ist und wie machst du das am besten wie bringst du das allen bei und da passt natürlich Rocket League ganz gut und zwar für FIFA für FIFA meinen Karrieremodus mit meinen selbst darstellten Spieler gibt es eine kleine Special Folge im Nachhinein und zwar wenn die erste Season endet also die erste Saison werde ich hingehen und eine Special Folge machen und zwar die letzten drei Matches werde ich komplett durchgehend aufnehmen ob jetzt mit Facecam oder eine nur mit Mike und sowas das werde ich im Nachhinein entscheiden ganz spontan aber die letzten drei Matches werden als eine Episode erscheinen soviel steht schon mal fest und wer mich schon seit längerem verfolgt der weiß auch dass ich oder auch mal auf mein Facebook guckt der weiß auch dass ich hin oder beschlossen habe hinzugehen und nebenbei mit halb Profi anzufangen und dann nicht bei Dortmund wie man es eigentlich von mir gewohnt ist weil ich ja Dortmund Fan bin nein sondern dann da haben sie ihn reingekriegt sondern dann eben halt zu starten mit Borussia Mönchengladbach weil es eben halt hier direkt auch naheliegend ist und nicht zu schwer aber auch nicht zu leicht mir die Sache macht so und deswegen werde ich dann jetzt noch eine minimal eine Saison bei Borussia Mönchengladbach spielen und dabei den Schwierigkeitsgrad erhöhen und danach werde ich nach Borussia Dortmund gehen oh sehr schöner Schuss ja und dann werde ich nach Dortmund gehen zu meinen Verein und da eben halt mein Werk vollenden bis ich eben halt kein Dings mehr bin kein Spieler da werde ich dann bis zum Ende bleiben nein Flo warum schreiben die mich immer an wenn ich gerade an Aufnehmen bin kann doch nicht sein ey ich bin gerade im Spiel Leute seht ihr das eigentlich nicht und ich muss jetzt gleich auch los ich finde das immer ganz lustig die Jungs die haben es echt drauf mich anzuschreiben wenn nicht in game bin ach Backpack Danπου Flo Achschweige das kann nicht nur der Flo ganz gut dann können auch noch ein paar andere na ne und jetzt bin ich aus dem Konzept draus und bin ich naja komm und geh dazwischen Jetzt lasst mich in Ruhe Nee, nee, nee Habt ihr eigentlich auch solche Kollegen Mit denen ihr so gerne zockt Und dann aber ständig Die treffen immer perfekt Den richtigen Moment Um dann eben halt Ja Euch anzuschreiben Ihr seid gerade in Online Match oder sowas Könnt gerade nicht schreiben Und dann schreiben sie Und dann haben sie natürlich keine Geduld Sie kommen nicht drauf Dass ihr gerade irgendwas anmachen seid Nein, obwohl da steht Ihr seid im Spiel von Rocket League Ja, danke mein Kollege Ja, den hat er dann selbst gemacht Okay Ja, ja, du hast den Ich verteidige Na, von da hinten Kriegen sie eh kein Tor rein Ich finde jetzt die Drehung immer wieder nice So, den versucht er jetzt natürlich auf Instant Nein, den versucht er nicht auf Instant Guck mal, ich fahre mit dem Ball Mit dem Ball an der Seite Ja, ich fahre mit dem Ball an der Seite Nein 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 Komm, jetzt aber Jetzt aber Über ihn Los Los Oh, nee Komm, Kick Move Ja, genau Der hat's drauf Der kann den Kick Move Sorry Ah, Wahnsinn Zu zweit dran Keine Chance für mich Wo ist denn der schon wieder? Er nimmt den großen Anlauf Okay Oh, nein Was fährst du denn hinter mir? Oh Und er rammt mich weg 41 Sekunden Das kriegt er dann nicht aus der Ecke raus Nein So, jetzt aber hier Komm, Entries No, 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 no Ich hasse Dings Ich hasse sie alle Kick Move Ah Nachspielzeit Lustige nebenbei ist noch Ich bin den ganzen Tag schon online Und er ist auch schon Stundenlang online Oder so No, no, no Nein Sorry Warum schreiben das immer alle direkt? Ich verstehe es einfach nicht So schlecht habe ich doch gar nicht gespielt Echt Unfreundlich hoch 10 Wir sind hier doch nicht bei League of Legends So schlecht war es jetzt auch wieder nicht Und er hat auch viele Chancen liegen lassen Ah, ein 101 Match Gut Die Runde mache ich noch Dann beende ich hier das Video Yo Ja, ist klar Äh No, 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 no Nee, den machst du nicht rein. Böse, böse. Äh. Jetzt geht er mir den Hunderter. Da kommt er als erstes dran. Aber damit habe ich gerechnet. Äh. 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 Mensch, lass mich in Ruhe. Und da macht er es. Jetzt ist er drin. Das springt mich aus dem Konzept, Leute. Ah, da stiehlt er mir den. Da habe ich eigentlich schon keinen Bock mehr drauf, ne? Weil man mir so dermaßen auf den Sack geht. Okay. Okay, aber noch können wir gewinnen. Noch ist nichts verloren. Konzentration. Äh. Äh. Der Chris immer, äh, wie ich immer zu Chris sag, wenn ich in Hektik komm, denk dran, was der Mini dir beigebracht hat. Denk, was der Mini dir beigebracht hat. Oh no, 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 no. So, was hat der Mini mir aber nicht beigebracht? Weg damit. Jetzt geht die auch voll Jagd los. Mit was für einem Sprung. So muss das sein. Oh ja, zack, 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 zack. Huh. Oder wie Chris das gerne hören würde, unser Bubi. Huh. Huh. Da stößt das Adrenalin nach oben. Oh, no, 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 no. Andere Richtung, andere Richtung. Oh, fuck. No. Ralo. Mit der A, lo. Hat der einen Lack, ey. Aber noch ist Match nicht vorbei. Und tap. No, 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 no. Wird es jetzt so ein Torduell wie beim letzten Mal? Mies, 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 mies. Da hat er Lack, da hat er Lack, aber richtig. Pass mal auf. Aber wir können ihn nicht auskontern. Tick, Nummer 1. Tick, Nummer 1. Tick, Nummer 1. Trick Nummer 2. ankommen habe ich mir trick nummer drei und vier auch mit mir den sieg holen kann erstmal nitro erstmal nitro und der in hektik weißt dass du es willst aber doch noch schneller als ich ja ach nee weil eben den hunderter holen weil rein kriegt er den von der position eh nicht no no way Hey! Woah! Tom! Ah! Mann! Och, fuck! Okay, das war's leider nicht geklappt. Aber okay, so schlecht war's Game jetzt auch nicht, oder?